Die Braque Saint-Germain ist eine von der FCI anerkannte französische Hunderasse. Herkunft und geschichtliches Die Rasse entstand um 1830 durch Kreuzung von kontinentalen und englischen Pointern. Bei der ersten Hundeausstellung in Frankreich 1863 war die Braque Saint-Germain die am stärksten vertretene Vorstehundrasse, heute ist die Rasse gefährdet. Beschreibung Bis 62 cm großer Hund mit kurzem, nicht zu feinem Haar in mattweiß mit orangefarbener Zeichnung. Eine Tüpfelung wird gemäß Rasse standard toleriert, aber nicht angestrebt. Die Augen sind groß, offen und goldgelb. Die abgerundeten hängenden Ohren, die auf Augenhöhe ansetzen, sollen nicht zu lang sein. Die Rute ist am Ansatz dick und endet in einer Spitze. Die Hauptgangart der Braque Saint-Germain ist der Galopp-Wesen. Die Braque Saint-Germain ist zu traulich, ausgeglichen, liebevoll und leicht auszubilden, sie mag keine schroffe Behandlung. Verwendung Die Rasse wird in erster Linie zur Jagd auf Fasane, Rebhühner und Schnäpfen verwendet, die mit weichem Maul apportiert werden. Sie ist als Familienhund geeignet. Die Rasse wird in erster Linie zur Jagd auf Fasane, Rebhühner und Schnäpfen verwendet, die mit weichem Maul apportiert, die mit weichem Maul apportiert, die mit weichem Maul apportiert werden.